Ja, willkommen am Limit, Alexander Schumann hier. Heute gibt es mal wieder ein Spinnenvideo und ein Werbevideo und zwar bekomme ich in meinen Kommentaren öfters zu lesen, dass jemand sehr große Angst vor Spinnen hat. Kann ich nachvollziehen, hatte ich früher selber und ich habe mir die Spinnenangst quasi abtrainiert und mittlerweile macht mir eine Spinne nichts mehr aus. Also wenn so ein Kamerad an der Wand sitzen würde und mich würde das stören, dann könnte ich hingehen, könnte nehmen und dann raustragen. Viele können es nicht, ich konnte es früher auch nicht, deswegen gibt es da interessante Hilfsmittel und eines davon ist zum Beispiel dieser Spinnenfänger. Und wie der funktioniert, man drückt hier hinten zusammen und dann geht vorne das auseinander und wenn die Spinne dann so da hockt, dann kann man hier so drüber stülpen und die Spinne aufnehmen. Funktioniert sehr gut. Bei Spinnen, ich nutze es auch für Hornissen und so. Hornissen haben eigentlich, haben aber den Nachteil, dass sie da sehr leicht wieder rauskommen und dann muss man es halt 3-4 mal fangen. Aber für Spinnen ist es kein Problem, einfach so drüber und das war es dann mit der Spinne. Dann kann man sie rausbringen. Ist zwar jetzt nicht das angenehmste für die Spinne, wenn man sie so fängt, aber immer noch besser als sie zu töten oder einzusaugen oder irgend so. Auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man Spinnenangst hat, man hat auch genügend Distanz, dass man jetzt nicht quasi die Spinne aus nächster Nähe fangen muss, sondern hat genügend Distanz. Wenn man Angst hat, dass eine Spinne anspringt oder eben sowas, was ich mir früher auch immer vorgestellt habe. Also hier genügend Raum und dann nimmt man sie so und dann hat man sie hier drinnen. Ja, das war's schon wieder für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. In der Videobeschreibung verlinke ich auch den Affiliate-Link. Ich habe mir den im Berg-Obi gekauft. Da kosten sie ein bisschen weniger, aber Baumärkte haben momentan zu und wenn ihr sowas haben wollt, dann einfach bei Amazon. Habe ich auch was davon, ein bisschen eine Provision und dann passt das schon. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis demnächst.